Wir kommen hier auf der Single Couch am Straubinger Geilbogen-Folkfest. Wir haben wieder einen jungen Burschen da, der auf der Suche nach der Traumfrau ist. Jetzt fragen wir uns mal, wie er heißt und wo er herkommt. Also, ich bin der Philipp, komme aus Geraut, bin 28 Jahre alt und bin beruflich Schreiner im Familienbetrieb. Super, du bist praktisch bei deinem Vater im Betrieb, kann man das so sagen? Richtig. Was macht die, wie soll ich das beschreiben, du machst deinen Beruf als Schreiner gern, was machst du am liebsten? Es ist eigentlich unterschiedlich, was wir gerade so machen müssen und ich mache eigentlich alles als Schreiner bei meinem Vater gern. Wie soll deine Traumfrau ausschauen? Meine Traumfrau soll sympathisch sein. Ich muss sagen, wie es ausschaut, einfach eine gute Figur, soll nett sein und soll einmal schön, wie soll ich sagen, mit mir als Unternehmer, ich Unternehmen gern haben, was mit meiner Frau dann. Dann würde ich sagen, dann machen wir einen Aufruf, Philipp, dass wir deine Traumfrau finden, die wohl lieb, nett und einen guten Charakter hat und die wohl wahrscheinlich auch im Leben steht und weiß, was du eigentlich arbeitest und leidst, oder? Liebe Mädels da draußen, wir besuchen meine Traumfrau für Philipp aus Kirchroth, der wohl im eigenen Familienbetrieb Schreiner ist. Wenn sie euch angesprochen fühlt, dann meldet ihr euch bei ihm. Da würde ich mich freuen, wenn wir für ihn einen passenden Deckel finden. Danke dir. Danke dir, Philipp.